ja so nächste folge läuft also manchmal erfahrungslevel jetzt nach oben wir ernten ein bisschen was würde ich sagen ja draußen gucken bei dem kielzeug das kann nicht sein dass ich weiß noch nicht wachsen will das gibt es doch nicht diese teile habe ich jetzt genug so wir machen ja noch ein bisschen was wir sind in unserem kompost dort so kommen haben wir den haben wir zum wachsen kriegen noch mehr wenn ich dann halt nicht dann bleibt jetzt gehen wir nach oben holen mal ein bisschen band raus beziehungsweise 16 glas ok hm 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 das geht genau auf 32 glas scherben scheiben nicht scherben so drüben ist unser grünes glas hatte ich nicht irgendwo hatte ich doch noch welche entweder in der wüste oder ne hm oh hm gut ok dann in der wüste hm ja hm ja so wir haben auch mal glas schreiben ich nehme das mal mit jetzt mal ganz fix rüber so ganz zack und ja genau hier ist doch das baugerüst so genau so 1 zu wenig aber egal das soll uns nicht verstören und wenn wir das fertig haben gehen wir noch mal zu unserem komischen schwarzeichen setzlingen hier unten und gucken dass der mal wächst aber ich glaube der hat keinen bock wie es aussieht ich glaube das ist das ich habe hier oben mhm 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 so mhm so da kommen wir mal hier hin jawoll das mhm zack ja so so zack so mhm 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 so 41 so hat ihn noch mal ein glas vorher was essen ok 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 Ja, wir sind bald fertig damit und ich glaube, wir brauchen noch ein paar grüne Glasscheiben, weil irgendwie, ja, ist damit bald essig. Ja, dann machen wir. Hm, so und. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm. So, und, so. So, und, so, und, so, und, so, so, so. Okay, so, lass uns mal gleich mal stehen. Okay. So, lass uns mal gleich mal stehen. Okay. Hm, hm. Jetzt. So, wir haben noch eine Tür. Die kann man natürlich hier. Jo, genau. Hm, hm, hm. Okay, dann halt nicht. Hm, hm. Gehen wir mal nach hier oben. Ah, ich hätte es schon rausgenommen worden. Hm, okay. 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 Und das mal hier rein. So. Hm. Ja, wir gehen mal ganz weg schlafen. 45 Minuten. Ja. Ein Minecraft-Tag kann man noch machen. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Na ja, komm. Jawoll. Jawoll. So läuft das. So läuft das. Ach so, ich hab da ihn einstecken. Ich blöde jahre. Ich hab dann geschafft, den Käbel einstecken. So. Zack. Ein paar. Acht Scheiben. Vielleicht reicht das sogar schon. Ah ne, das reicht. Nicht. Dann eins. Dann eins. Zwo. Ah, ne. Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ähm. Ein paar brauche ich noch. Ich brauche noch ein paar. Scheiben. Dann noch ein bisschen Glas einschmelzen. Also gut. Ja. Hab ich euch dann bitte zu lang geweilt. Das muss doch gehen. Ja. Das muss doch gehen. Wachsen hier. Nö. Will nicht wachsen. Naja. Gut. Okay. Werden nicht. Werden nicht. Werden schon. können. So. Und. Äh. 64 durch 4 sind 16. Äh. Ja. 16. So. So. Das kann Brüe schmelzen. Ja. Das Brüe schmelzt. Ähm. Eins. Sechs. Fünf. Sechs. So. Sechs. 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 Ähm. Drei mal müsste reichen. Eigentlich ist das total fern. Dann mache ich die Folge mal zu Ende. Ich muss mal das andere, was ich ein habe, ausziehen. Das ist sinnfrei. Ich denke, man kann das reparieren. Aber das Werkzeug war 57. Ich nehme mir das an. Ich habe nur noch der gleiche Rotz. Was gibt es hier für? Haltbarkeit. Nein. Haltbarkeit. Er hat Haltbarkeit 2 und Flamme und Stärke 3. Nein. Lass mal. Föder 2. Einmal fehlen die Level. Ach Mensch. Ich. Schutz 2. Schutz 3. Stärke 4. Warte mal. Stärke 4. Geht das? Das hier hin. 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 Nö. Das geht nicht. Ach. Ist ja schon gerade sauber da. Deswegen. Hm. Naja. Okay. Dann lassen wir das erstmal die andere mit hier hin. Den Bogen dazu. Hm. Jo. Genau. Hm. Wir gucken jetzt ob das durchgeschmort ist. Und. Jo. Es ist. Ja. Ein kleines Frix. So. Ja. Ich glaube diese schwarze Frix. Äh. Ich will nicht wachsen. Weil. Das falsche Biom und so. Nicht. Äh. Brennstoff. Kein hier. Damit. So. Fix den Sand holen. Das Glas. Wird er gesagt. Scheiben draus herstellen. Und fix fertig bauen. Und dann. Jo. Okay. Fertig. Das ist sehr schön. Hm. Da brauchen nicht viel. War 16. Ähm. So. Hätte ich nicht Glas. Hätte ich doch hier auch irgendwo. Sand. Oder was. Sonst. Irgendwo. Hm. Nein. Ähm. Ich weiß nicht. Ach. Ich mach das erstmal hier drin. Ach. Ich hätte doch irgendwo. Hätte ich doch schon mal. Ah. Dieser scheiß Händler. Oder. Ähm. auch mal hier. Das. Ähm. Jo. Äh. Der geht mir auf den Sack. Den mache ich jetzt erstmal fertig. Oh. Das. Geht. So kommt dieser Vogel wieder her. Hm. Das. Zack. Einmal tot. So. So. Zweimal tot. Und. Der Händler ist auch gleich tot. So. Ich bin. Na komm her. Komm. Weg mit dir. Das gibt es doch nicht. So. Fix. Hier hoch. So. Ich darf den Klebel mitnehmen. So. Und. Ich hätte doch irgendwo noch gelbe Glasscheiben. Das ist basic. So. Eins. Zwei. Drei. Eins. Und. Drei. Zwei. So. Genau. Das ist fertig. das ist fertig. Ich hatte doch irgendwo gelbe Glasscheiben. Hier hat die Frau gewusst. Da waren die Glasscheiben. Zack. Das kommt da hin. Die Leder. Ich kann mich erstmal noch mit hier drin packen. Das kommt hier mit hin. Wir gehen schlafen. Wir machen Schluss mit der Folge. Und ich gucke in der Zwischenzeit mal nach, wo die Koordinaten waren. Und danach werde ich mich mal zum Dorf teleportieren. Fix den Brauchstand klauen. Das Neterportal setzen und das miteinander verlinken im Neter. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.